Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, ich bin es wieder der Jesse und im Hintergrund seht ihr schon, es gibt ein Update und zwar ein Update zu Diablo Immortal. Das Update unterteilt sich in mehrere Teilabschnitte, also mal ein paar Sachen sind gut, ein paar Sachen sind weniger gut, ihr habt die Brille auf, also ihr wisst schon, es könnte ganz interessant werden. Wir werden das Blabla lassen wir natürlich aus, es wird fleißig daran gearbeitet und und und, wir wissen eh, dass das nicht stimmt, aber wir gehen direkt mal hin und jumpen in das erste große Update, beziehungsweise in die ersten größeren Anpassungen. Wo haben wir es hier? Es kommen Raids in Diablo Immortal. Ich lasse das mal ein bisschen sacken, also für alle WoW Spieler oder MMO Spieler oder sonstiges, bei denen heißt Raids dann 20 oder 40 Leute, beziehungsweise vielleicht noch mehr. In Diablo Immortal bedeuten Raids acht Spieler. Und zwar werden Bosse hinzugefügt, die vor allem in diesen Requiladier Hölle, also mal ganz kurz aufgeklärt, es gibt ja Sachen, die ihr so sammeln könnt, das sind so Steine, wenn ihr da genügend habt davon, dann könnt ihr praktisch so eine Art Portal betreten und dagegen so übermächtige Bosse kämpfen und dort wollen sie eben auch Raids veranstalten, bedeutet da können acht Spieler rein und da könnt ihr dann die Bosse kloppen. Also hier ein Beispiel ist so eine Mega Hydra, hier seht ihr auch ein paar Spieler, die da so rumpaddeln und dann dementsprechend versuchen, den Boss zu töten, ja. Kann ich mit leben, bin ich ganz ehrlich, kann ich mit leben, acht Leute, ist okay, ja, solange da niemand irgendwo in der U-Bahn oder in irgendeinem deutschen Zug sitzt und dann das Internet verliert und dann praktisch Spieler disconnecten, das ist natürlich wieder eine ganz andere Sache bei einem Mobile Game, wenn die Leute unterwegs sind, so in der Mittagspause kannst du halt den Boss vielleicht nicht direkt spielen, wenn du mehrere Anläufe brauchst. Aber prinzipiell die Idee zu sagen, wir möchten gerne euch ein bisschen mehr bieten und wir machen das mit Raids, ist für mich fein, kann man machen, muss man nicht, muss halt guter Loot sein. Ihr kennt das eh aus, zum Beispiel WoW nehme ich halt immer her, weil ich habe ja zehn Jahre WoW gespielt. Wenn der Zeitaufwand groß genug ist, im WoW war es eben mit den Raids, Leute zu suchen, Leute zu finden, dann muss auch der Loot Output, muss ein dementsprechend guter sein. Finde ich aber ganz gut, also das ist mal auf jeden Fall mega, mega gut, ja, ein bisschen eine Erweiterung ist für mich vollkommen okay. Und das hier, die Kopfgelder mit ein bisschen mehr Tiefgang, ich war das nicht. Ihr wisst, ich habe die Alpha gespielt, ihr habt mich gesehen, ja, wenn es nach mir geht, können wir die Kopfgelder auch gerne rausnehmen, die brauchen nicht noch mehr Tiefgang. Ja, wollte ich nur mal ganz kurz festhalten. Und dann natürlich ein ganz, ganz großer Bad ist der BVB-Bad, also Player vs. Player, das waren die BVB-Schlachten. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe kein BVB gespielt in der Alpha. Ich hatte unbegrenzten Zugang, seit es eben verfügbar ist, aber ich habe es nicht geschafft, hier mal einen BVB-Kampf zu machen, weil hier unten, na, die wollen sich diverse Grundelemente anschauen. Spielersuche, Rangsystem, Balance in der Klassen und Kampfdauer. Und ich weiß jetzt nicht, wie ihr das so seht, aber das sind für mich alle Elemente, ja. Wie so ein Ranking-System funktioniert, ist jetzt nicht etwas, wir hatten letztens den Talk mit der Joey, das ist nicht etwas, wo du einfach so sagst, jo, gib jedem einfach so ein Rating und dann mischt man das ein bisschen durch. Das Balance in der Klassen hat in Diablo noch nie funktioniert, da muss man mal ganz fair sein, ja. Es ist einfach bei so vielen Parametern nicht einfach, das Ganze zu sagen, ja, lass mal balancen. Da musst du ein separates BVB-System machen, was BVB-mäßig getrennt ist oder du musst anfangen, Gegenstände aus BVB zu deaktivieren, dass du sagst, okay, das sind BVB-Sachen, das sind BVB-Sachen, ansonsten hast du darüber keine Kontrolle. Es wird immer Spieler oder beziehungsweise Klassen geben, die in diversen Szenarien besser sind, schlechter sind, was auch immer. Und das war jetzt eben mit dem System so, wie es im Dings implementiert war, mit diesem Kreislauf des Konflikts, dass du praktisch eine vorherrschende Fraktion hast und du kannst dich denen BVB stellen und es gibt aber nur bestimmte Zeitfenster, wo man sich in BVB melden kann und so weiter. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin von dem System nicht so überzeugt. Ich bin da nicht ganz so überzeugt, vielleicht habe ich auch zu wenig gespielt, mich zu wenig beworben oder so. Lassen wir es mal stehen in der Alpha, ich schaue es mir in der Beta mal ganz genau an, weil, warum sollte man es in der Alpha machen, es wird immer alles gelöscht. Ich schaue es mir in der Beta ganz genau an, ich persönlich bin vom BVB-System nicht überzeugt. Für alle, die von euch wissen, wie es läuft, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren verraten, was ihr davon haltet, ob ihr davon überzeugt seid oder nicht vom BVB-System, ja, können wir mal schauen. Dann gibt es, ich habe mir das extra für die Mitte aufgehoben, dann gibt es eine offizielle Bestätigung, dass man Diablo Immortal mit einem Controller spielen können wird. Dass daran gearbeitet wird, dass es eine nahtlose Übersetzung oder Umsetzung geben wird für einen Controller. Und ich bin auch ehrlich, ich glaube mir sind ein paar Tränen gekommen, ja, weil von jemandem, der drei Wochen lang Immortal am Tablet, also auf so einem iPad gestreamt hat, vier, fünf, sechs Stunden lang mit der Genickstarre vom Computer, weil du musst dir das Signal noch abgreifen, finde ich mega, ja, finde ich mega. Und das wird wahrscheinlich auch, das haben es da jetzt nicht gehabt, weil das möchte Blizzard nicht haben, es werden auch die Emulatoren funktionieren und damit kriegst du Diablo Immortal auf dem PC und damit ist die Sache für mich durch. Damit ist für mich Diablo Immortal einfach ein inoffizieller Nachfolger von Diablo 3, weil die Systeme, die drin sind, sind eh die gleichen, beziehungsweise Erweiterungsfunktionen davon und dann wird das Handy auf den Computer geworfen, beziehungsweise ein Joystick, ein Controller dazu gesteckt und dann könnt ihr das Gott sei Dank auch mal ein paar Stunden am Stück farmen auf euren großen Monitoren. Also wir werden, wenn das in einem finaleren Stage geht, mache ich euch ein Video von der Anzahl der Möglichkeiten, die man dann hat, also sei es jetzt über einen Emulator oder über einen Controller oder über so, ich nenne es jetzt einfach mal eine Dockingstation, es gibt ja diverse Methoden, wie ihr praktisch euer Handy auf dem Monitor spiegelt oder auf einem Fernseher und dann könnt ihr dort einfach ganz bequem auf der Couch liegen, den Controller in der Hand und das ist dann so, als würdet ihr jetzt praktisch ein Diablo in der Playstation spielen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist für mich die beste Nachricht im gesamten Update, weil das macht einfach so, spieltechnisch macht das so einen gigantischen Unterschied, wie das einfach empfunden wird. Du, wenn das jemand auf dem Weg in die Arbeit spielen will für eine halbe Stunde oder so, ist das alles kein Thema, aber wenn ihr mal zwei, drei, vier Stunden plus dabei hängt, dann ist das einfach sehr, sehr unangenehm und deswegen, her mit den Emulatoren und her mit den Controllern ist die absolut beste Neuerung für Diablo Immortal, weil damit bestätigt wird, dass es einfach offen ist. Ja, sie wollten es zuerst unterbinden, aber damit kannst du es einfach überall spielen und das ist halt mega, ist einfach nur mega. Okay, dann haben wir hier noch ein Fortschrittssystem, ne, mit den wackeren Helden hier, weil es ist ja in Diablo so, es gibt die Stufe, die Maxstufe ist 60, ich hoffe, ich lege da richtig, ist 60 und dann kommt ein Paragonsystem rein, so wie man es auch von Diablo 3 kennt und so weiter. Und bei diesem Paragonsystem habt ihr auch eigene Talentbäume und, und, und. Da ist soweit, sage ich mal, alles beim Alten. Wo es jetzt, wo es jetzt sehr, sehr spannend wird, ich habe mir das sogar separat rausmarkiert und ich möchte euch das jetzt einfach mal ganz kurz näher bringen. Außerdem haben wir in der geschlossenen Alpha ein System eingeführt, das potenziell ungesunde Spielzeiten eingrenzt. Also wer jetzt nicht weiß, wir sind jetzt in einem kritischen Bereich. Also das ist etwas, wo ich sagen muss, geht's noch. Wir sind nicht in China, ich möchte keine Zeitbegrenzungen, ich möchte spielen, wie ich es spielen möchte. Die wöchentliche EB-Begrenzung aus dem System haben wir viel gelernt und wollen es weiter verbessern, um alle, die die Begrenzung erreicht haben, etwas mehr Freiheiten zu erlauben und alle, die noch etwas hinterher sehen sollen, es künftig auch nicht so schwer haben. Dafür wird das erste Bonus-EB für Spieler geben, die wenig oft spielen. Also ihr kennt schon, ihr habt das auch bei mir gesehen, es gibt bei Immortal gibt es so First-Kill-Bony. Das heißt also, wenn ihr einmal am Tag einloggt und Monster erschlagt, dann kriegt ihr schon irgendwas. Das ist so, damit die Leute, das ist so ein Mobile-Ding, damit die Leute jeden Tag mal kurz einloggen. So 10, 20, 30 Minuten spielen, paar Aufgaben lösen und weiter. Jetzt ist es aber so, dass du bei Immortal, wenn du wirklich, wirklich viel spielst, ihr seht ja schon eine wöchentliche EB-Begrenzung, ungesunde Spielzeiten und so weiter. Das klingt für mich so ein bisschen nach Zeit-Gating. Das heißt also, ja, Immortal sagt mir, 10 Stunden die Woche darfst du spielen. Und von diesen 10 Stunden sind die ersten 5 Stunden super, super lukrativ, weil du hast Double-XB-Bony, whatever. Und nach den 10 Stunden, ja, da kriegst du keine Erfahrung mehr. Da kannst du ja nur mehr Gear farmen. Ja, aber so Paragon-technisch oder so, hast du ein Limit erreicht, da ist dein Ende-Gelände. Und da, ganz ehrlich, da bin ich nicht ganz so begeistert. Ich meine, sie haben es dann ein bisschen abgeschwächt, weil es steht noch dabei, zweitens wandeln wir die wöchentliche Begrenzung in eine generelle um, die mit der Zeit ansteigt. Ja, damit werdet ihr flexibler spielen, aber auch andere Spieler besser einholen können. Das heißt also, es ist jetzt dann vielleicht nicht mehr auf eine pure Woche gecappt, sondern das heißt also, in einem gewissen Zeitraum, sagen wir mal einen Monat, kannst du so und so viel verdienen an XP, ungehindert, bevor so eine künstliche Bremse kommt. Und wenn du halt so far behind bist, wirst du ein bisschen angeschoben, damit das weitergeht. Ich bin ganz ehrlich, ich bin davon nicht überzeugt. Ja, also das ist jetzt eure Aufgabe, was haltet ihr von einem System, was eure Spielzeit begrenzt, beziehungsweise was euch anschiebt, wenn ihr wenig Zeit habt. Ich kenne immer, das Thema haben wir auch immer wieder in Diablo 3 oder so, ist einfach folgendes, ich habe nicht die Zeit, so viel zu farmen. Das heißt, ich kann das gar nicht erreichen, was andere erreichen. Also da ein bisschen angeschoben zu werden, finde ich jetzt mal nicht sofort verwerflich, weil es gibt halt Leute, die ein bisschen weniger Zeit haben. Du ist ja auch vollkommen legitim, aber das ist halt ein ganz dünnes Eis. Also das ist für mich persönlich etwas, wo ich sagen muss, ich bin davon nicht überzeugt. Ich bin davon nicht überzeugt, ich möchte spielen, wann ich spielen möchte und ich möchte so viel spielen, wie ich spielen möchte, ohne dafür dann extern gepanischt werden. Wenn das jetzt natürlich eine Zeitschranke ist, mit 30 Stunden die Woche, die ich als Streamer nicht erreiche oder fast nicht erreiche, dann trifft das eh 95% der Spieler nicht. Okay, kann man dann sagen. Aber wenn das eine Schranke ist, die eben, wie gesagt, nach in zwei Wochen, 15 Stunden, dann können das auch ein ganz, ganz großer Teil erreichen. Also da bin ich nicht überzeugt, da würde mich eure Meinung interessieren, damit wir mal sehen, spielt ihr viel oder wenig? Also für die, die natürlich Immortal spielen, weil das ist vielleicht so ein Ansatz. Ja, weiß ich nicht. Da kann man dann schauen. Aber im Endeffekt, Freunde, das war's. Ja, es wird jetzt dann langsam die nächste Beta vorbereitet, weil es kommt ja noch eine, da werden diese Inhalte dann dementsprechend geprüft. Also nochmal, damit wir mit einem positiven Feedback am Spielende aufhören. Im August kommt eine Diablo 2 Resurrected. Alpha, nee, Beta. Die können auch alle frei spielen. Ja, habe ich euch schon ein Video dazu gemacht. Und es wird möglich sein, Immortal mit einem Controller zu spielen. Damit geht ihr mit einem guten Gefühl aus dem Video raus. Ich hoffe, ich kriege von euch deswegen auch einen Daumen nach oben. Und jetzt wie immer am Ende wünsche ich euch viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.